Die Spezies der Mon Calamari waren unter den besten Schiffsbauern der Galaxis. Da ich euch schon alle Sternenzerstörer des Imperiums der Kuati vorgestellt hatte, dachte ich ist es heute mal an der Zeit euch alle Schiffe der Mon Calamari vorzustellen. Ursprünglich bauten die Mon Calamari ausschließlich Transporter und Schiffe für Zivilisten. Vor allem bekannt waren sie für ihre großen Luxusliner, die Kreuzfahrten an die schönsten Orte der Galaxis anboten. Als das Imperium allerdings Dug die Heimatwelt der Mon Cala invadierte, schlossen sich die Mon Calamari der Rebellenallianz an und spendeten ihre großen Schiffe der Sache gegen das Imperium. Ursprünglich wurden diese zivilen Schiffe aufgerüstet und mit Waffen ausgestattet, um mit ihnen auch größere imperiale Ziele angreifen zu können. Doch später, auch noch in Jahrzehnten nach dem Frieden zwischen dem Imperium und der Neuen Republik, bauten die Mon Calamari eigene Großkampfschiffe, die für den Kampf entworfen wurden. Das erste Schiff, was ich euch jetzt hier vorstelle, war der sogenannte Luxusliner der M Klasse. Über dieses wissen wir im Prinzip nur, dass es als Luxusliner eingesetzt wurde. Nicht wirklich viel mehr. Aber kommen wir lieber zu den Großkampfschiffstypen der Mon Calamari Kreuzer. Einer der kleinsten von diesen, war der MC 40A Kreuzer mit einer Länge von ca. 500 Metern. Dieser wurde irgendwann kurz vor der Schlacht von Hoth designt und wurde sehr stark von der Rebellenallianz eingesetzt. Hauptsächlich wurde dieser kleine Kreuzer als bewaffneter Transporter oder Begleitschiff von größeren Schiffen eingesetzt. Mit einer Bewaffnung von 14 mittelschweren Turbolasern, mehreren Aufschlagsraketenwerfern und 18 mittelschweren Ionenkanonen, konnte sich der MC 40A Kreuzer schon gut gegen andere Kreuzer seiner Größe verteidigen, aber auch gegen Sternenzerstörer austeilen, wenn er musste. Das nächste Schiff, in ungefähr der gleichen Größe, war die MC 30C Fregatte, auch bekannt als Sternenzerstörer Killer. Über dieses Schiff mache ich in Zukunft vielleicht nochmal ein eigenes Video, aber es soll so viel gesagt sein, dass diese Fregatte im Vergleich zu Sternenzerstörern und anderen Mon Calamari Schiffen recht klein und zerbrechlich war. Doch diese Schiffe waren mit 16 mittelschweren Turbolasern und 2 Protonentorpedowerfern ausgestattet. Wenn solche Schiffe nicht gerade selber unter Beschuss waren, konnten sie ordentlich austeilen und damit Sternenzerstörern oder anderen großen Zielen ziemlich gefährlich werden. Wenn sie einem Sternenzerstörer allerdings alleine gegenüber standen, mussten sie sich auf ihre Schnellig und Wendigkeit verlassen, da es nicht viele direkte Treffer von schweren Turbolasern brauchte, um diese MC 30C Fregatten zu zerstören. Die wohl bekanntesten Mon Calamari Kreuzer sind allerdings die der MC 80 Reihe. Da Mon Calamari ziemlich individualistisch waren, hielten sie sich nicht so wie andere Schiffsbauer, wie die Kuarti zum Beispiel, an strikte Baupläne, um Schiffe zu bauen. Deshalb konnte sogar jedes Schiff einer Reihe etwas anders aussehen. Im Falle der MC 80 Reihe wurde sogar sehr viel herumexperimentiert, weshalb hier viele verschiedene Designs erkennbar sind. Eins der bekanntesten dieser, ist das Design der MC 80 Liberty Klasse. Diese Schiffe waren 1200 bis 1500 Meter lang und mit sehr starken Schilden ausgestattet. Die Schilde dieser Schiffe waren sogar so stark, dass sie wesentlich mehr Treffer einstecken konnten, als es ein normaler Sternenzerstörer des Imperiums je gekonnt hätte. Weshalb diese Schiffe oft in Flotten vorgeschickt wurden, um das Feuer auf sich zu ziehen. Sie waren mit insgesamt 48 dualen schweren Turbolasern und 20 schweren Ionenkanonen, zwar nicht schlecht bewaffnet, aber trotzdem längst nicht so schwer bewaffnet, wie ein Sternenzerstörer. Da sie aber wie gesagt so viel Schaden einstecken konnten, hatten sie in einem einfachen 1 gegen 1 gegen einen Sternenzerstörer mit Glück genug Zeit, um dem Sternenzerstörer genügend Schaden zuzufügen, bevor ihre Schilde zusammenbrachen. So waren diese MC 80 Kreuzer, wie auch die meisten der anderen MC 80 Reihen das beste Match, was die Rebellenallianz gegen die Sternenzerstörer zu bieten hatte. Die andere sehr prominente Variante der MC 80 Reihe waren die MC 80 Kreuzer der Home One Klasse. Diese waren ca 1200 bis 1400 Meter lang und besaßen den schlanken Körper der MC 80 Kreuzer der Liberty Reihe, allerdings ohne deren Flügel. Die Bewaffnung dieser Schiffe war mit 36 schweren Turbolasern und 36 Ionenkanonen anders verteilt, als die der Liberty Reihe. Dafür konnten die Home One Kreuzer mit 120 Sternenjägern auch wesentlich mehr Jäger aufnehmen, als die Liberty Reihe mit gerade einmal einer Kapazität von 36 Jägern. Ein weiteres Design waren die MC 80 A Kreuzer, die genauso bewaffnet waren, wie die Liberty Kreuzer, nur eben etwas anders aussahen. Und die Schiffe des MC 80 B Designs besaßen auch die gleiche Anzahl an Waffen. Hier wurde das Design des Schiffes aber so verändert, dass die meisten Waffen nach vorne zeigen konnten, ähnlich wie bei einem Sternenzerstörer. Das maximierte natürlich die Anzahl aller Waffen, die auf ein bestimmtes Ziel vor dem Schiff schießen konnten. Millimeter aber auch die Chancen des Schiffes, sich nach allen Seiten hin abzusichern. Zu guter Letzt gab es bei der MC 80 Serie noch die Evakuierungskreuzer, die dazu genutzt wurden, um Mon Cala bei einer Invasion zu evakuieren. Mehr wissen wir aber auch nicht über sie. Nach den MC 80 Kreuzern kommen natürlich dann die MC 90 Kreuzer. Das waren die ersten Schiffe, die wirklich als Großkampfschiffe designt wurden und keine Luxus Liner waren, auf die einfach ein paar Waffen geklatscht wurden. Diese Schiffe waren 1255 Meter lang und mit insgesamt 75 Turblaser Batterien, 30 Ionen Kanonen Batterien und 6 Protonentorpedowerfern ausgestattet. Diese Kriegsschiffe hatten sich im Kampf so gut bewiesen, dass selbst 40 Jahre nach der Schlacht von Yavin, die Galaktische Allianz, diese Schiffe noch als Flaggschiffe in ihren Flotten nutzte. Doch dieses große Kriegsschiff reichte der neuen Republik nicht. Vielmehr wurden die Mon Calamari sogar damit beauftragt, ein Äquivalent zu den Supersternenzerstörern der Executor Klasse für die neue Republik zu bauen. Und auch hier mache ich vielleicht nochmal ein eigenes Video drüber, deshalb verrate ich nicht zu viel. Aber zunächst wurde ein kleiner ca. 3 Kilometer langer Prototyp für diese neue Klasse der Viscount Sternenverteidiger gebaut. Und dann wurde ein 17 Kilometer langes Schiff nachgelegt. Und auch wenn das Schiff somit 2 Kilometer kürzer war, als die imperialen Schiffe der Executor Klasse, war die Waffenverteilung auf diesem Schiff wesentlich besser, als bei seinem imperialen Gegenpart. Aber was sagt ihr? Soll ich über die auch mal ein eigenes Video machen? Schreibt es unten in die Kommentare. Zur Zeit der neuen Republik gab es auch noch den Mon Calamari Kreuzer der Mediator Klasse mit einer Länge von ca. 1500 Metern. Aber zu diesem gibt es keine offiziellen Bilder und auch sonst kaum Informationen. Genauso verhält es sich auch bei dem schweren Träger der Mon Calamari, auch genannt Blue Diver. Kaum Informationen, außer, dass dieses Schiff eine riesige Anzahl an Truppen und Sternenjäger transportieren konnte. Und hier haben wir auch nur fernkreierte Bilder durch Mods von Empire at War. Bisher waren das alles Schiffe der Rebellen Allianz oder der Neuen Republik. Aber auch nach der Neuen Republik, zur Zeit der Galaktischen Allianz, wurden noch neue Schiffe der Mon Calamari designt. Eines der früheren Schiffe war hier die Shah Shaw Freegatte. Diese tauschte schwere Schilde und Panzerung für größere Schnelligkeit und Manövrierbarkeit ein. Sie war so designt, dass sie am unteren Bug eine Sektion hatte, die mit verschiedenen leicht austauschbaren Modulen ausgestattet werden konnte. Dorthin konnte für eine große Angriffskraft ein Modul mit mehreren Aufschlagsraketenwerfern angebracht werden. Aber auch ein Modul mit erweiterten Sensoren oder eins mit Störsender war möglich. Auch wenn diese Schiffe nicht die stärksten waren, brachten sie durch ihre Vielseitigkeit und Modularität so gut wie immer einen Vorteil für ihre Flotte. Etwas später ließ die Galaktische Allianz dann die Schiffe der MC 140 Klasse, auch Scythe genannt, bauen. Diese Schiffe besaßen an ihrer Vorderseite eine riesige vertikale Klinge, an der die meisten Waffen des Schiffes befestigt waren. Das hatte den Vorteil, dass das Schiff eine große Anzahl an Waffen auf einen einzigen Punkt zielen lassen konnte, was tödlich für die meisten Schiffe in dessen Weg war. Allerdings bot dies auch den Nachteil, dass das Schiff nach allen anderen Seiten hin nur noch schlecht bewaffnet war und sich dort somit auf seine Jäger und Begleitschiffe verlassen musste. Eine Mischung aus den beiden vorher genannten Schiffen war die Tri Scythe Klasse. Ungefähr so groß wie die Fregatten der Shashore Klasse, waren diese Schiffe schwerer bewaffnet als diese, aber längst nicht so stark wie die Schiffe der MC 140 Klasse. Diese waren also quasi MC 140 im Mini Format, die relativ leicht Zerstörung über kleinere Schiffe wie Korvetten, Fregatten und leichte Kreuzer bringen konnten. Das ganze bisher war Legends, aber im Kanon gibt es natürlich auch noch einige Kreuzer, die es in Legends nicht gab. Und natürlich existierten auch die Liberty und Home One Kreuzer der MC 80 Klasse im Kanon. Die MC 75 Klasse war 1200 Meter lang und besser bekannt als das Flaggschiff von Admiral Raddus aus Rogue One, die Profundity. Bewaffnet war sie mit 20 Punkt Verteidigungstürmen, 12 Turbolasern, 4 Ionenkanonen und 12 Protonentorpedowerfern. Zwei Sprünge weiter rauf gab es noch die MC 85 Kreuzer, von denen wir einen als die Raddus aus Episode 8 kennen. Diese Schiffe waren ca. 3,4 Kilometer lang und mit 18 schweren Turbolasern, 18 schweren Ionenkanonen, 12 Punkt Verteidigungslasern und 6 Protonentorpedowerfern ausgestattet. Und zu guter Letzt muss ich noch sagen, dass auch ein Schiff in den Klonkriegen von monkalamarischem Design war, nämlich die Recusant Zerstörer der Separatisten. Eigentlich von den Mon Calamari designt wurden die Pläne dieser Schiffe von Crown Ingenieuren geklaut und dann für die Separatisten hergestellt. Somit waren diese Schiffe praktisch gesehen auch Mon Calamari Zerstörer. Und damit kennt ihr auch schon alle bisher bekannten Mon Calamari Designs aus Legends und dem Kanon. Was sagt ihr? Möchtet ihr eins dieser Schiffe in Zukunft gerne mal mehr in Action sehen? Egal ob in einer Serie oder einem Film? Und welchen davon findet ihr am coolsten? Schreibt es unten in die Kommentare. Und damit kommen wir zur heutigen Frage aus der Community. Sie stammt heute von Moritz Kleinschroth und lautet? Meine Frage? Kommt die 7. Staffel von The Clone Wars im Free TV oder im Pay TV? Ich weiß, ich habe die Frage jetzt schon öfter mal beantwortet, aber ich bekomme sie auch immer noch so häufig gestellt, dass ich sie jetzt hier nochmal beantworte. Und um ehrlich zu sein, haben wir da für uns in Deutschland bzw. in Europa noch keine Informationen zu. In den USA wissen wir wird die Serie auf dem Streamingdienst Disney Plus laufen. Das ist ein Dienst ähnlich wie Netflix oder Amazon Prime und nur Leute die dafür bezahlen können das dann da gucken. Da wird es aber vermutlich auch noch mehr Serien und Filme von Disney geben. Hier in Europa soll Disney Plus auch eingeführt werden. Das wird aber noch einige Jahre dauern. Wenn wir dann Disney Plus hier haben, werden alle neuen Star Wars Serien vermutlich erstmal da zu sehen sein und dann später irgendwann mal im Free TV. Da die 7. Staffel von The Clone Wars aber schon dieses Jahr erscheinen soll, geht das natürlich nicht über Disney Plus. Ich tippe mal darauf, dass die Serie erstmal nur über Sky zu sehen sein wird und dann später irgendwann im Free TV landet, so ähnlich wie Resistance momentan nur auf Sky oder Disney XD läuft. Natürlich wäre es auch möglich, dass die Serie direkt zu Netflix kommt, aber das ist eher unwahrscheinlich denke ich. Und es wird denke ich auch irgendwann im Free TV zu sehen sein. Aber wenn die Staffel erst Ende diesen Jahres kommt, werden wir die nicht vor Ende 2020, wenn nicht sogar Ende 2021 im Free TV sehen. Mehr kann ich dir dazu leider auch wirklich noch nicht sagen. Wenn ihr mir jetzt aber auch selber eine Frage stellen wollt, schreibt sie hier unten in die Kommentare mit dem Hashtag FragSWB. Lasst mir doch ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr jetzt auch noch mehr über Raumschiffe der Rebellen erfahren wollt, schaut mal hier in die Infokarte rein. Da verlinke ich euch ein Video über alle Sternenjäger der Rebellen Allianz. Ach und schaut morgen um 18 Uhr auf jeden Fall bei meinem Gaming Kanal vorbei, da gibt es ein neues super geimes Let's Play. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.